Im heutigen Video geht es um die wahrscheinlich bekannteste Bauart, God Bridge. Und wenn ich das schon so sage, dann meine ich auch wirklich absolut nur God Bridge. Ich habe nämlich meine lieben Nae geschnappt und durfte nur diese Bauart in Bad Horse benutzen. Das einzige, was jedoch erlaubt war, war Incline God Bridge, also irgendwo zu God Bridge dazu zählt, was ja auch der Name schon sagt. Zusammenfassend sind nur diese zwei Bauarten erlaubt und durfte nur genutzt werden. Ich hatte auch jetzt vorher jeden Tag um 15 Uhr live auf Twitch zu streamen. Schaut da gerne vorbei, würde mich sehr freuen. Und falls euch solche Videos in der Art gefallen, drückt gerne auf den Abo-Button. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ganz viel Spaß mit dem Video. Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal und heute ist der Tag der Tage, Freunde. Heute, es haben sich sehr viele gewünscht, es gibt ein Video mit Nae heute. Es ist sehr nice geworden, wir haben nur God Bridge, nur mit Incline was gemacht. Also Incline God Bridge. Ich denke mal, jeder wird es kennen, was God Bridge ist. Ist diese Bauart hier nochmal als kleines... Ja, nochmal damit viele Bescheid wissen, was es ist. Und Incline God Bridge ist eigentlich dasselbe, nur seitlich. Die meisten wissen, was es ist. Aber das sind diese zwei Bauarten und die haben wir heute nur gemacht. Es ist wirklich sehr nice geworden. Checkt es auf jeden Fall ab. Also ich weiß schon Thema, weswegen ich dich gleich mobben werde in der Aufnahme. Okay, jetzt müsst ihr gesund sein. So. Ey, du glaubst, hast du das echt... Oh nein. Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Und heute geht es mal um God Bridge. Wir werden heute nur God Bridgen zusammen mit dem lieben Nae. Was geht? Nae? Nae? Ich meine, die Motivation ist ganz oben, das sieht man, oder? Ja, das sieht man. Das ist gut. Ja, wir werden heute nur God Bridgen. Das Ganze so kleine als kleine Challenge mit Incline. Also Incline dürfen wir auch. Und ja, mal schauen, wie das wird. Ich muss sagen, ich habe God Bridge, bin ich relativ okay drin. Hoffentlich kriegen wir da... Du hast einen Profi mit dabei. Ja, ich habe eben wirklich einen Profi mit dabei. Wie dann kannst du God Bridge? Boah, das kommt auf einen gerade nicht gut. Aber wenn es gut hat, so einen halben Stack bis zum Stack. Okay. Relativ stabil. God Bridge ist einfach nur fancy. Das bringt eigentlich nicht so viel. Incline God Bridge ist dann das, was ultra stark ist. Kannst du das eigentlich? Ich habe ja auch mal ein Video drüber gemacht und ich habe vor der Aufnahme schon ein bisschen geübt auf einem anderen Server. Und das kann ich relativ gut. Also auch mit dem, dass man sich so hochstackt beim Incline. Ich werde es mal ganz kurz ausprobieren. Komm, hau raus. Oh la la. Da kriegst du keine Blöcke mehr. Willst du uns etwas sagen? Willst du deinen Fans irgendwas sagen? So Autoclicker-mäßig? Weiß ich nicht. Er hat keine Argumente dagegen. Also wenn ich mein Fan von ihm wäre, ich würde da mal drüber nachdenken. Hast du eine Handcam? Ja. Gefaked. Gefaked. Schlimm ist eine Aufnahme. Da gab es ja früher die paar Kandidaten, die Handcams gefaked haben und so was. Echt? Die da alles gegeben hatten. Oder es gab Personen, die haben Handcam genutzt, haben in der Handcam reingeklickert mit so einem Seitenkopf oder so was. Das siehst du natürlich. Da haben sich alle nur gedacht, wie blöd kannst du sein? Das kann ich gar nicht. Also, dass das welche gemacht haben überhaupt. Die Gegner reducen rein. Du musst besser reducen als die. Okay, reducen kann ich noch nicht so gut auf Gegner. Den holst du. Okay, perfekt. Oh mein Gott, okay. Ich habe ihn nur geholt. Mit Abuse. Ich war schon ein bisschen zu gelb. Ich weiß, dass ich glaube, wenn ich die gelben haben, nur dein Bett mehr, aber das ist sehr professionell. Ey, danke. Ja, okay. Dann gehst du euch zu gelb, dann rauscht ich zu blau. Komm. Ey, das Teamwork. Okay. Wir werden einfach da gefühlt wie Baseball mit dem spielen. Weißt du, was die grün gemacht haben? Die haben gesehen, oh, erheblich ist eine Runde. Oh, wir haben sowieso keine Chance. Wir liefen einfach. Ach so. Das können die sich nicht antun. Aber ich finde es gut, dass du schon Sticks auf den Spawn legst. Das ist eine super Taktik. Gut, ne? Super wichtig. Wir haben vor der Aufnahme schon mal darüber geredet, was erheblich heute das Mittag gegessen hat. Und er hat irgendein Nudel, warte, Zitat von ihm, italienische Nudeln gegessen. Ja, italienisches Nudelgericht. Das ist so ein Ding, keine Ahnung. Das ist so ein Ding bei uns. Aber das schmeckt ultra lecker. Schick mir mal das Rezept, dann mache ich das, dann koche ich das mal mal. Dann mache ich einen Kochstwinkel, wo ich das koche. Okay, ich weiß, das Rezept ist zwar nicht so auswendig, aber ich kann nachfragen. Oh. Oh mein Gott. Halt dir den Rücken frei. Habt's gut. Genau, ich glaube an dich, du schaffst das. Ja, hab ihn, hab ihn. Let's go. So, zweite Runde. Es kann doch besser werden. So, wir sind die ersten in der Mitte. Oha. Ja, voll. Wo wollen wir hin? Links, rechts, geradeaus. Ich glaube an dich. Der ist übrigens kein Block mehr. Oh, okay. Aber es ist beide noch geholfen. Aber ich bin selber runtergefallen. Hab ich dich da taktisch gesplievt? Vielleicht. Professionell, musst du. Ja, das war Teamarbeit. Hab den an. Oh, er hat sich Block saved. Holy shill zum Zweier-Block-Safe. Er kommt und er ist gestorben. Okay. Ich habe übrigens mitbekommen, dass er erheblich mit Audestis die seine Stimme aufnimmt. Ich finde das leicht lustig. Ich habe ihn schon vor der Aufnahme gesagt, dass er jetzt wegmobben muss. Wer nimmt mit Audacity seine Stimme auf? Also, wenn ich Top-Pen-Clips aufnehme, mache ich das auch. Aber so, wenn ich mit OBS aufnehme, doch nicht. Könnt ihr bitte in die Kommentare zuspammen, dass er es erinnern soll? Bitte. Also, ich kann das eigentlich nicht mit ansehen. Ich werde heute Nacht Albträume von dir haben. Ja, ich weiß. Ich bin nicht so professionell. Es ist ja schön, dass das eine Team sich so denkt. Hm, bauen? Nee, heute nicht. Nee, das denkt sich irgendwie lieber Bett einbauen oder so. Ich weiß gar nicht, was er macht. Er baut sich eine Base. Also, gefühlt eine Burg. Wie lange kannst du jetzt schon Godbridge? 2017 oder so, 18. Echt? Da habe ich angefangen. Aber dann konnte ich es mal gut, dann konnte ich es mal weniger gut, dann konnte ich es wieder mehr gut. Godbridge ist so gefühlt eine Übungssache. Ja, bei mir war das so irgendwie, dass ich schon von vornherein immer gesagt habe, dass ich das nie können werde, weil ich dafür zu schlecht bin und deswegen immer andere Bauarten wie so Moonwalk und so geübt habe. Okay, Windrüben. Die Blauen haben kein Bett mehr. Das wäre jetzt so schön, wenn du es aufholst. Ja, perfekt. Let's go. Jeder holt ein Bett. Okay, ich bin zwar hops gegangen, aber wir haben beide das Bett. Sehr nice. Wir haben noch die feine Kürze. Oh, der baut sogar echt eine Burg, der Süße da hinten. Oha. Irgendwie tut es mir leid, wenn wir den holen. Ja, mir tut es auch leid. Lass einfach quitten. Der spielt irgendwie so wie 2015. Damals, ich habe auch mal eine Burg selber gebaut. Das waren richtig lustige Zeiten. Ja, ich habe immer auf großen Maps früher so, kennst du Candy? Ja. Ja, da zum Beispiel habe ich immer irgendwie so eingebaut oder so. Vor allem oben kommt man das Bett richtig nice zu bauen. Du kannst ein Spawn-off-Candy hochbauen. Das war assi, dass die Leute dann oben bei ihrem Bett gespawnt sind. Das ist reudig, wenn die es richtig eingebaut haben. Ich schicke dir gleich mal einen runter. Oh, von hinten. Äh, hier, taktisch. Natürlich. Ich glaube an dich, du schaffst das. Es weckt sich. Töte ihn. Ich brauche dich. Hab, hab. Let's go. Professionell. Komm, und jetzt God-Bridge-Action. Lass einfach direkt rüber God-Bridge-Action. Oha. Nein. Aber voll gut. Hä? Der will einen Screen, der Kleine. Das tut mir voll leid. Das tut mir voll leid. Okay, ich bin drüben. Ich will, wenn er Screen will und mich runter nackt. Achso. Okay. Will er mit dir einen? Oh mein... Ja. 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 Nö, jetzt will ich dich gemobbt. Jetzt will ich dich richtig gemobbt. Übel. Er weiß halt, wer der bessere Spieler ist. Er weiß, er kennt halt nur die Besseren. Eigentlich will ich das jetzt nicht mehr. Kannst den Zweiten haben. Bist zweiter. Bist zweitrangig. Okay, wollen wir jetzt... Ja, wir müssen den zielen. Ja, müssen wir. Oh nein. Mein Kill. Das wird mein Kill. Nein, meiner. Das wird mein Kill. Mein Bett. Okay, GG. Oh man, der Arme. So, dritte Runde. Auf der wunderschönen Map. Quarz. Du bist professionell. Also, springen ist schon schwierig, oder? Das ging mal besser. Ja, das stimmt. Ich hab mich schon wieder Helme gekauft. Die Mädchen shoppen können. Also, erst nicht springen können und dann nicht shoppen können. Willst du ein Helm? Ich dachte, wir wären ein gutes Team, aber irgendwie ist es sehr einseitig. Und letztes Video gegenüber Speedtally. Die Frage jetzt, kannst du Speedtally? Hast du es schon mal probiert? Nee, nee, da seh ich mich irgendwie noch nicht so. Hast du schon mal gesehen, wie das funktioniert? Ja, also, ist das das ganz schnelle? Ja, ja, dieses... So direkt, nimm ein Sprung hinterher und dann direkt nochmal. Also, es sieht halt legit aus wie Hacken oder so. Also, es ist halt ganz krass. Ich hab letztes Video... Bist du runtergefallen? Ich bin ja einmal motiviert durchgesprungen. Das wird super, super, hyper toll. Und sie haben sich eine Safebase gebaut. Die sind ja so motiviert, die Grünen. Ey, was läuft bei denen? Was gibt bei denen ab? Wahrscheinlich sind die heute aufgestanden. So, ey, wir haben richtig Bock. Richtig Bock, heute ein bisschen Bad Wars. Direkt. So, ich mach jetzt einfach einen professionellen Move. Ey, ich muss dir den Move schicken. Oh mein Gott, ich muss dir den Move schicken. Bitte nicht sterben. Einfach nicht sterben. Ich komm gleich. Ich verfolge ihn. Safe, mach ein Web. Setz dich mit Web an Benz. Wo kann man Webs kaufen? Ich hab ihn, ich hab ein Shirt gekauft. Okay. Ey, bester Spieler. Wo kann man Webs kaufen? Oh Mann. Okay. Bist du runtergefallen? Nein. Alter, der Wind ist aber wieder stark. Der Wind wieder. Oh Mann. Das ist fast besser als ich. Danke, dass du den perfekten Weg gebaut hast. Gerne. Gerne. Du hast einen Weg gebaut, dann war der Nutzen vorbei und dann bist du gestorben. Okay. Aber Gabe pusht jetzt auf Blau. Sollen wir einfach zu Gelb? Ich geh zu Gelb. Bei mir erst mal, ja komm, sei mal nett. Backstab die Gelben. Ich bin halt mal nett. Nein. Nee, nee, nee. Das wird sowas von rausgecuttet. Das wird sowas von reingekuttet. Ich weiß noch nicht, was du meinst, aber es wird reingekuttet. Oh no. Oh mein Gott. Ich dachte, ich wäre über dem Bett gewesen, hab mich runtergebaut und ich bin ins Leere geflogen. Oh, fühl ich. Okay, ich probier. Oh, der, wenig Leben nur noch. Okay, ich hab das Bett. Sehr schön. Nur noch der eine. Ah, ich brauch die Kills. Das ist meiner. Die Kills, die Kills, die Winz, die Winz, die Stats, die Stats. Die Stats. Nein. Er will nicht fliegen. Ah, jetzt. Okay, okay. Saved. GG. GG. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so, dass du gerne eine positive Version da hast, oder ein Abo, falls ihr das nicht getan habt, schaut doch gerne mal in Nai vorbei. Abonniert den Jungen, der hat's verdient. Und dann, ähm, ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Peace. Bis dann, haut rein. 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 Bis dann, haut rein.